Genau. Was? Pass auf. Sie sind hier runter. Verdammter Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los. Zurück. Mist. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück. Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Dreck? Ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sein. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens wollt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deine prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihr was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bring sie rein! Mist. Nimm die Finger weg! Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfahren? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß! Hör auf mit deinem Spielchen! Ich tue, was du willst. Komm runter! Ja! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Dein Feuerzeug! Dein Feuerzeug! Dein Feuerzeug! Du willst meine ficar thus hoch? Allmächtiger! Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung! Und nehm den da mit. Vielleicht läuft dies mal ja nächstes Schiff. Und Mr. Drake. Keine fallen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg! Dranbleiben! Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Moment! Warte! Papa hat ne Knarre! Sariewicz dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel! Geht doch! Oh, Vorsicht! Das ist nicht weit! Ja! Hey! Sorry! Ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Hier! Nein, warte! Nicht gleich! Na toll! Das ist, Kumpel! Traust du mir nicht? Siehst du, vertrau mir doch einfach mal! Na bitte, Schätzchen! Na los! Du zuerst! Ah! Wehe, du führst mich in ne Sackgasse! Hier durch! Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch! Ich... Hilf mir schieben! Ei, ei! Okay, Teamwork! Wie in alten Zeiten, was? Okay, Teamwork! Wie haben die den Karren bloß da hinbekommen? Na und, Himmels nach ganz oben! Fast wie Stonehenge, was? Nein! Hilf mir schieben! Na los, Mädchen! Auf geht's! Das ist doch deine Mutter! Ja! 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 Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein! Meine Hilfe kannst du vergessen! Was du kannst, kann ich auch! Hilf mir! Hilf mir! Nee, war ein Scherz! Heih! Haha! Okay, machen wir sie auf! Sag, da kommt der! Da ist noch ne Tür! Okay! Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier! Wie üblich regle ich alles! Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. So ein kleines Buch. So große Zylinder. Die Symbole. Die Symbole. Komm schon, Mann. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen doch lasst den Eben schütteln, oder? Komm, mach dich mal nützlich. Waren wir hier Geteile? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Na bitte. Was soll das? Nein! Jetzt diskutieren Sie! Hey, hier! Danke! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, oh, oh. Ah, 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 haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na? Das funktioniert ja super! Lazariewicz, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Was? 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 Gut, du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Ey, ey, Soran, wir haben einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar. Ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind übel! Schießt, Idiot! Ach, Schiss. Was ist das für ein Ding? Verdammt! Nein! Auf die Brücke! Ach, Schiss! Ach! 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 Ach!